sehr geschmacksintensiv sehr gut würde ich schlucken also jetzt probieren wir von unserem jen so den kopfstand kopfstand heißt er nicht mehr da heißt jetzt reingau riesling weingut george der hat auf jeden fall so was petroliges steht trocken drauf findet er schmeckt aber gar nicht trocken schmeckt aber sehr gut würde ich definitiv mehr als eine flasche von trinken ist eigentlich ganz riesling untypisch würde ich fast sagen gar nicht so die typischen aromen sondern hat so was richtig cremiges ist aber auch echt stark in aromen also schlucken ganz klassisch reingau ganz andere mineralität sehr präzise klare säure sehr schön trocken macht mir auf jeden fall sehr viel spaß auch nicht so hoch im alkohol wie man sieht der wein hat ich weiß gar nicht beschreiben sollte reingau hat für mich immer so was ganz ganz eigenen trockenen präzisen charakter den man immer wieder findet und das bringt der wein super zum ausdruck also parade beispiel für reingau macht spaß würde ich trinken auch in einer größeren menge durchaus